ganz neu bei uns im shop trinkflaschen von clean canteen gibt es hier bei uns im shop im angebot einmal in einer roten und einmal in einer weißen version wie man sehen kann diese trinkflaschen sind aber nicht irgendwelche trinkflaschen wir haben also sehr großen wert darauf gelegt so ziemlich das beste zu bekommen was es auf dem markt gibt die sind von clean canteen das sind edelstahl trinkflaschen mit einem fassungsvermögen von 800 millilitern die sind frei von bpa sind also von innen nicht mit kunststoff beschichtet und so weiter sie bestehen aus 18 achtel edelstahl also 18 prozent chrom 8 prozent nickel das ist also spricht dann für eine sehr hohe korrosions beständigkeit das heißt kann eigentlich nicht rosten ist übrigens auch etwas 18 achtel edelstahl die man zum beispiel in der chirurgie einsetzt bei diesen ganzen messern die da benutzt werden und sie haben eine große deckelöffnung hier oben es gibt verschiedene aufsätze zu kaufen wenn einem der jetzt nicht gefallen sollte man hier sieht großer aufsatz direkt hier großes loch und diese verschließe die wir hier haben die schließen die gibt es natürlich auch noch einmal mit trinkverschluss also dass sie dann direkt mit so einem stopp system können sie wahrscheinlich auch dann direkt da zum beispiel trinken können oder hier oben auch zum beispiel mit edelstahl noch einmal das ganze verschließen können die gibt es bei uns im shop ich zeig dir mal eben einfach hier so einmal kreuz quer rum wie sie aussehen können wir die aussehen sind ganz tolle trinkflaschen die ich private info bevor wir sie jetzt in den shop bekommen haben schon seit weiß nicht vier jahren oder so benutze also für die erwachsenen unterwegs sind und für die kinder auch einfach weil ich genau weiß dass da nichts dran ist und da kommt nichts rein und die sind also frei von irgendwelchen schädlichen giftstoffen und so weiter das ist eine ganz prima sache diese beiden flaschen bei uns hier im shop erhältlich von clean canteen die enjoy kamera trinkflaschen die wir hier haben das optimale wenn man zum beispiel unterwegs ist bei der wanderung einer fototour und so weiter dann passt diese flasche immer noch direkt mit rein